Vergrößern, verkleinern Serena Williams nahm kürzlich an den Hochzeitsfeierlichkeiten von Prinz Herretail Urheberrecht Getty Images. Kurz nach ihrem Tennis-Comeback startet Serena Williams ihre eigene Modelinie. Damit will die 23-malige Major-Siegerin ihre beiden Leidenschaften kombinieren. Superstar Serena Williams ist unter die Modedesigner gegangen. Die 36-Jährige, die derzeit bei den French Open in Paris ihr Grand Slam-Comeback nach 13-monatiger Babypause gibt, veröffentlichte am Mittwoch ihre erste selbst entworfene Kollektion, die von Abendkleidern bis Freizeitkleidung reicht. Zu kaufen gibt es die bislang insgesamt 12 Artikel der Modelinie in einem eigenen Online-Shop. twitter.com-sirne-williams-status-1001879981339721729 Es geht im Leben immer um den richtigen Zeitpunkt, schrieb die drei und Manche haben meine Entscheidung kritisiert. Aber ich wusste, dass ich einen Weg finden müsste, um meine beiden Leidenschaften zu kombinieren. In Paris, der Modehauptstadt der Welt, hatte Williams am Montag ihr erstrunden Match gegen die Tschech in Kristina Pliskova gewonnen. Dabei trug die US-Amerikanerin, die seit jeher für ihre schrillen Outfits auf dem Tennisplatz bekannt ist, einen extrem auffälligen schwarzen Ganzkörperanzug.